Pratv 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 So meineliin, herzlich willkommen mit dem format Pratv Kitsche Pratv ist all So meine Lieben, es ist soweit, wir wollen wieder was kochen hier bei Pratv Kitchen. Pratv is all over the world, ihr wisst bescheid. Ich verlinke euch noch von meinen anderen Kanälen, hier wo in der Infobox oder hier unten, checkt mal ab. Für Leute, die gerne Musik hören, gibt es MV Music Channel, wir haben einen YouTube Channel. Dann für Leute, die so ein bisschen im Gaming Bereich unterwegs sind, haben wir auch einen Pratv Gaming Channel. Gerne abonnieren, auch bei Twitch, da wird alles zusammengeschrieben, Pratv Gaming. Könnt ihr mich auch gerne abonnieren, mir folgen, liken, supporten. Wenn ihr irgendwas habt, irgendwelche Gerichte, Rezepte oder was ich vielleicht nachkochen soll. Ey, gar kein Problem, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne von mir sehen wollt. Dann mache ich das. So, wenn ich das für gut empfinde. Auf jeden Fall, meine Lieben, viel Spaß mit dieser Sendung und wie gesagt, Pratv Kitchen. So, meine Lieben, hier, Pratv Kitchen auf schnell. So, wir machen schön leckere Burger, ist ja ganz klar hier, schön Brot gekauft. Nehmen wir diesmal so einen Salat. Diesmal ganz andere Patties, ja, Köfte-Patties. Ich habe schon einen probiert gestern, deswegen Köfte-Burger. Ja, das schmeckt ja, das schmeckt ja sensationell hier, aber. So, die werden wir jetzt auf jeden Fall zubereiten. Auf so einem George Foreman Grill, ja. Und hier haben wir schön leckere Mayonnaise, Ketchup von russischem Geschäft. Kann ich nur empfehlen, also schmeckt viel, viel besser wie vom deutschen Geschäft. Aber ist ja nicht schlimm. So, dann legen wir mal los. Let's go. So, und zwei Patties habe ich hier von Iris Angus. Also nicht Anus, sondern Angus oder so. Ja, mit denen. Zwei Stück mache ich von denen. Supi. So, selbstverständlich haben wir hier noch Tomatschen, Zwiebelchen. Haben wir vergessen zu zeigen. Und plus, ich habe hier noch Gürkchen, Jalapeños, Jalapeños, wie auch immer. So, wir gucken uns mal hier ein bisschen kurz an. So, das kann noch, das kann hier noch. Zack, schön. So. Und den, Latte zu, Affe tot. So, ja, das werden wir jetzt ganz schön erstmal hier beschmieren, schön beliegen. Und dann zum Schluss kommt natürlich Köfte-Pattie drauf. Und los geht's. So, ja. So, ja. So, ja. I love the chase and the huntin', I set the pace when I'm runnin', I always take what I wantin', I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothin', I'm always thankful for somethin', don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend to me, it's not workin' out, maybe it's the chemistry, it's time to break up.